Detektiv Ace Teil 2 Heute ist ein ganz gewöhnlicher Tag, an dem Detektiv Ace in der Stadt unterwegs ist. Er zählt sein Geld, weil ab heute ein tolles neues Teleskop vorbestellt werden kann. 40 und 50. Ich habe genug für dieses neue Teleskop gespart. Als er gerade den Laden betreten will, fährt ein Auto vorbei. Hey Kleiner, steig schnell ein, bevor du in Schwierigkeiten gerätst. Aber heute ist der Tag für die Vorbestellung. Ah, der Teleskop kann warten. Da kommt gerade Ärger auf uns zu. Na dann, nun muss ich ja wohl. Also fuhren der Detektiv und der Polizist zum Tatort, bei dem es sich diesmal um ein Museum handelte. Wie sieht die Situation denn genau aus? Es wurde ein Einbruch gemeldet in das Museum. Das Auge von Vishnu wurde gestohlen. Der Dieb, der von den Leuten der unsichtbare Mann genannt wird, hat einen Brief hinterlassen. Morgen, am 2. Juli, 14 Uhr, werden Sie sehen, wie mein wahres Ich die Statur von König Arthus stiehlt. Es ist jetzt 13.55 Uhr. Ist der Veranstaltungsort Gorsche Polizei gesichert? Wir haben alles gesichert. Es stehen über 25 Polizisten um das Museum herum. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Einbrecher eindringen kann. Der unsichtbare Mann scheint aber sehr zuversichtlich zu sein. Oh, wir sollten seinen großen Auftritt in 5 Sekunden sehen. 5, 4, 3, 2, 1. Aloha allerseits. Es scheint, als hättet ihr euch alle versammelt, um mich kennenzulernen. Die Menschen in der Umgebung waren verwirrt. Sie schauten sich um und hörten plötzlich. Die Statur von König Arthus, sie ist weg. So ist das eben. Ich bin in meiner Planung immer einen Schritt voraus. Ich kenne jeden einzelnen Schritt von euch allen. Nun stau zu, wie ich diese Statur mitnehme. Wir werden schon herausfinden, wer du bist. Natürlich. Ich werde mich auch sofort allen zeigen. In diesem Moment gab es eine Explosion von Rauch aus dem Dach des Museums. Er bereitete sich in der Menge aus. Als sich der Rauch lichtete, entpuppte sich der Einbrecher als niemand anders als... Hier bin ich! Der größte Delegativ der Stadt! Detective Ace! Fragt mich doch, wenn ihr könnt! Der Einbrecher warf eine weitere Rauchgranate und löste sich in Luft auf. Die Menge und die Polizisten versuchten, zum nebligen Tatort vorzudringen. Oh, schaut! Er sitzt im Auto! Oh nein! Sie kommen auf uns zu! Der Polizeichef zeigte auf, er ist im Auto. Doch bevor jemand zu ihnen gelangen konnte, fuhr Mark blitzschnell weg. Halt! Die! Als Polizist Mark und Detektiv Ace den Tatort verließen, mussten sie sich in Sicherheit bringen, da Ace in großer Gefahr war. Am nächsten Tag schafften es Detektiv Ace und Polizist Mark auf die Titelseite der Nachrichten. Ah, die Situation gerät außer Kontrolle. Wir müssen alle wissen lassen, dass wir unschuldig sind. Detektiv Ace zeigt sein wahres Gesicht. Er steckt hinter jedem Verbrechen in der Stadt. Das ist ja eine sehr... plakative Aussage. Ha! Komm schon, Ace. Wir müssen uns konzentrieren. Mark, schau dir das an! Detektiv Ace entdeckte einen Hinweis auf dem Zeitungsfoto. Dieser Detektiv Ace-Einbrecher hat Stiche an seinem Haareinsatz. Siehst du? Das ist definitiv eine Maske. Fahr mich zu dem Maskenladen die Straße herunter. Das sind die Besten in der Stadt und ich glaube, ich habe einen Verdacht diesbezüglich. Dann lass uns gleich fahren. Mark und Ace fuhren zum Maskenladen. Ich werde dich wohl bitten, müssen reinzugehen? Ich möchte, dass du mir sagst, wie viele Leute dort arbeiten. Das versteht sich von selbst. Bleib hier in Sicherheit so lange. Mark betrat den Maskenladen und sah sich um. Da niemand da ist, klingelte er am Tresen. Wow, dieser Ort ist wirklich außergewöhnlich. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, guten Tag. Ich würde gerne wissen, ob ich eine Katzenmaske bekommen kann. Etwas, das realistisch aussieht. Individuell gestaltbar. Geben Sie einfach Ihren Wunsch in diesem Auftragsbuch hier an. Ich werde Sie übermorgen anrufen. Aber bitten Sie mich nicht, das schneller zu machen, sonst muss ich Ihre Bestellung nämlich stornieren. Oh, okay. Ich habe mich gefragt, ob Sie auch Menschenmasken herstellen. Etwa Doppelgängermasken? Mein Neffe und ich sind darauf spezialisiert. Aber weil das leicht missbraucht werden kann, nehmen wir keine Anfragen für menschliche Masken mehr an. In diesem Moment kam sein Neffe Robert herein. Was wollen Sie hier? Wir haben nichts zu sagen. Bitte gehen Sie. Robert, so spricht man nicht mit zahlenden Kunden. Bitte benimm dich wenigstens ein einziges Mal. Dann bitte diesen Wappen sofort zu gehen. Er ist hier, uns ohne Grund zu beschuldigen. Ich bitte um Entschuldigung, mein Herr. Ich rufe Sie an, sobald wir Ihre Anfrage bearbeitet haben. Ähm, okay. Robert sah Mark stirnrunzeln an, als dieser den Laden verließ. Als Mark zum Auto zurückkam, hörte er die Durchsage im Radio. Es wird gemunkelt, dass Detective Ace der Pater hinter all den Verbrechen ist, die bisher an dieser Stadt geschehen sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Junge wie er zur Mafia gehört? Polizeipräsident Ben sagt, dass er sich vertiefend mit dieser Angelegenheit befasst und Ace so schnell wie möglich fassen wird. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht schlecht. Hahaha, die sind lustig. Jetzt verstehe ich, wenn sie sagen, dass die Medien ihre Worte verdrehen. Das hier ist gut. Ich mag Mafia Ace. Das hört sich toll an. Ich vergesse dir immer wieder, dass du erst 14 bist und leichtsinnig. Hahaha. Und, was hast du hier rausgefunden? Es scheint, als wüsste der Besitzer des Maskenlands nichts von der ganzen Sache. Aber ich habe ja Auftragsbuch. Außerdem hat der Besitzer einen Neffen, der unhöflich zu sein scheint. Und verdächtig. Es arbeiten also insgesamt zwei dort. Ein Familienunternehmen? Bravo! Mal sehen, ob wir eine passende Handschrift finden können. Mark und Ace kontrollierten das Buch, um immer eine Stimmung zu finden. Hm. Aha, wenn denn soll es? Die von ihm angegebene Telefonnummer gibt es gar nicht. Also, was sagst du dazu, Junge? Ich glaube, ich sehe da schon die Lösung. Lass uns heute Abend wieder in den Laden gehen. Aber dieses Mal werde ich mitkommen. Noch in derselben Nacht schlichten sie die beiden in den Laden. Hm. Mal sehen, ob wir hier einen Hinweis auf die Maske finden können. Ähm, ja. Aber, Junge, ich bin so müde. Gerade als Polizist Mark sich auf den Tisch ausruhte, stieß er versehentlich auf die Glocke, sodass sie herunterfiel. Und darauf öffnete sich plötzlich eine versteckte Tür, der zu einem geheimen Raum führte. Unglaublich! Der müde Mark ist ein toller Polizist. Hm. Fühlt sich fast so an, als wärst du jetzt mein Chef. Ace und Mark gingen langsam auf die Öffnung zu. Als sie weitergingen, sahen sie einen Schatten. Schau mal, da ist jemand! Oh, das ist der Neffe Robert. Ace sah, wie Robert eine Maske an sich nahm, mit der er genau wie Detective Ace aussah. Bingo, bingo. Jetzt weiß ich genau, woran wir hier sind. Mark sprang und ertappte Robert auf frischer Tat mit dem Kostüm. Halt! Hände hoch und gibst sofort alles zurück, was du gestohlen hast. Er hat die Gegenstände nicht hier. Nimm ihn einfach fest und bring ihn zum Auto. Was glaubst du, wo sie sind? Ich werde es dir sagen, wenn es soweit ist. Mark legte Robert Handschellen an und brachte ihn zum Auto. Und lass uns was Verrücktes tun. Sage die Nachrichten, dass Detective Ace von Polizist Mark gefasst wurde. Und bitte sie alle, sich um 12.30 Uhr im Museum zu versammeln. Los geht's, Junge! Am nächsten Tag beschlossen Detective Ace und Polizist Mark, selbst zum Museum zu gehen, um Robert zu entlarven. Die Menge hatte sich versammelt, da die Nachricht im Radio und im Internet verkündet wurde. Auch die Sicherheitsleute und der Polizeichef waren anwesend. Die Menge staunte nicht schlecht, als sie sah, dass Polizist Mark Detektiv Ace mitbrachte. Endlich haben wir Detective Ace gefasst. Wir wollen eine Ankündigung machen. Wir haben nicht nur Detective Ace gefangen, sondern... Die Menge wartete neugierig auf diesen Moment. Es wurde viel gemurmelt. Mark bat Ace, nach oben zu kommen. Wir haben frei Detective Ace? Das ist doch lächerlich. Was zur Hölle ist denn hier los? Also, Detective Ace ist... Der Neffe des Maskenbesitzers, Robert. Und das ist doch nicht alles. Der wahre Mann im Hintergrund ist... Polizeichef, wie immer er heißt. Ben. Okay. Ha? Wovon redest du denn überhaupt? Hey Kleiner, ich werde gefeuert, wenn sie das als falsch herausstellt. Erstens wurden die Überfälle angekündigt und als sie dann sagten, dass ich es gewesen sei, wusste ich, dass es eine Falle war. Zweitens wusste ich in dem Moment, als sie die Stiche am H-Ansatz auf dem Zeitungsfoto sahen, dass ich den Maskenladen besuchen musste. Als Mark das erste Mal dort war, holte er mir das Auftragsbuch und ich erkannte sofort Polizeichef Bens Handschrift unter allen Einträgen. Schade, dass sie nicht versucht haben, ihre Handschrift zu verstellen, wären ihm soll es. Zudem, da der Einbruch trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen im Museum stattfand, musste es jemand aus der Polizei gewesen sein, der bei dem Einbruch geholfen hatte. Robert wollte nicht stehlen. Er half Polizeichef Ben, eine Maske anzufertigen, die wie ich aussah, und zwar auf dessen Wunsch hin, um die Stadt gegen mich aufzubringen. Pass auf, was du sagst, Junge! Robert betrat das Museum wie ein gewöhnlicher Besucher, begleitet von Polizeichef Ben. Er ging in den Raum des Hausmeisters und zog sich seiner Detektiv-Ace-Kleidung an und ging dann hoch, um wertvolle Kunstwerke zu stehlen. Und bei dem zweiten Überfall, der sich ereignete, beschlossen sie, Robert in das Museum zu begleiten, obwohl dort niemand Zutritt hatte. Bist du verrückt geworden? Mark, du bist gefeuert! Warum sind sie dann so lässig aus dem Museum gekommen, als der Einbrecher oben auf dem Dach des Hauses stand? Gestern stehen sie das nicht überrascht zu haben. Die Handschrift, der Diebstahl und das gestrige Verhalten, alles wies auf nur eine Person hin. Und das war Polizeichef Ben. Schauen Sie, wie ähnlich die Handschrift des Briefes, des Eintrages und ihrer Berichte ist, die sie letzten Monat geschrieben haben, die ich aus dem Revier mitgebracht habe. Detektiv Ace zeigte alle Gegenstände, die er hatte. Sie trugen alle die gleiche Handschrift vom Polizeichef Ben. Der Sicherheitsdienst verhaftete ihn sofort. Und was ist mit den gestohlenen Gegenständen? Die sind noch da. Sie sind im Hausmeisterraum des Museums. Robert kann nicht gut klettern. Er warf eine Rauchbombe, ging zurück in den Hausmeisterraum, um sich umzuziehen, und kam als normaler Besucher aus der Tür. Die Polizisten gingen in das Museum und überprüften das. Sie fanden die fehlenden Kunstwerke und derweil wurde Chef Ben in Handschellen gelegt. Du hast immer meine Stellung bedroht, für die ich so hart gearbeitet habe. Deswegen wollte ich eine Fektion erteilen. Irgendwann werde ich dich überlisten, Kleiner. Die Polizeibeamten zerrten ihn in den Transport und nahm ihn mit. Und wieder einmal hatte Detektiv Ace einen Fall mit links gelöst. Was ist die Belohnung, die du dieses Mal willst, Junge? Mafia Ace will das Teleskop, das ich vorbestellen wollte. Ach, komplett unnötig. Der neue Bürgermeister der Stadt hat es bereits für dich bestellt. Zwei Wochen vor der Veröffentlichung. Oh ja, ich werde heute außer Dienst sein, Sterne beobachten. Zwei Wochen vor der Veröffentlichung.